Heute haben wir wenig Zeit für ganz viel Wetter. Darum geht's sofort los mit dem Oststurm an den Küsten, der die kalte Luft bringt. Bühnen hier teilweise bis Tempo 100 und mit dem eisigen Wind Schnee mit Glätte. Zum Samstag gehen Schnee vor allem rund um die Mittelgebirge, dahinter sonnig, aber kalt. Der Süden, der kriegt davon so gut wie nix mit und ab Sonntag zieht sich der Winter wieder zurück. Jetzt wird's aber erst mal kalt. Heute Nacht geht der Regen zwischen Hamburg und Berlin, teilweise in Schnee über mit Glätte. Im großen Rest bleibt's trüb und nass. Morgen Freitag fällt vom östlichen Niedersachsen bis zum Erzgebirge etwas Schnee, dahinter rasch wieder sonnig. Im Westen und Süden fällt weiterhin Regen bei immer noch milden 8 bis 12 Grad. Der Rest mit Wind spürbar kühler, weil die gefühlten Temperaturen hier teilweise ins Minus rutschen. Das Wochenende im Südwesten eher trüb und nass, im Norden sonnig, aber morgens ist eisig kalt.